Ihr habt nicht Elefanten gesehen. Und was für welche haben wir jetzt gesehen? Einen riesengroßen Bullen, guck mal. Ach, wie alt ist der denn? Dieser ist ein bisschen älter wie der vorige, aber der hat ein schöner Stoßzahn. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Buller sehe. Das ist ein Buller, der ist paarungsbereit, seitens ist nur ganz still, ganz entspannt. Der wird nicht vorbeikommen, der weiß, wir sind hier so. Ihr werdet ihn jetzt auch riechen. Der zeigt uns jetzt, der ist paarungsbereit. Seid noch ganz entspannt. Ach, guck mal, große Bulle, alles ist okay. Alles okay? Ah, 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 ah. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Sitz nur ganz still. Sitz nur ganz still. Sitz nur ganz still. Sitz nur ganz still. Ja, wir wissen, du bist groß. Wir wissen, du bist groß. Wir müssen ganz langsam rausbewegen. Ah, geht der weiter. Das ist das, ich weiß. Das ist doch. Ja. Jetzt.